Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute öffnen wir ein Pokémon Pack. Wenn ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit hier draußen bin und die Pokémon Packs öffne, ich muss ja noch was für meine Familie kaufen und ja, oh ja, Pikachu V-Max, Leute. Das ist, glaube ich, eine 15-20 Euro Wettkarte oder mehr, keine Ahnung. Echt sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.